Das sind 140 Porträts, handgezeichnet von mir. Ich habe es extra noch mal gezählt. Ich vertue mich da gerne mal. Das ändert sich auch mal, aber aktuell sind es 140. Und die Geschichte dazu ist, dass ich 2014 angesprochen wurde von Mitarbeitern von SIPGATE, ob ich Lust hätte, vier Mitarbeiter zu zeichnen. Da ging es um Anna, Johanna, Micha und Sascha. Und die Idee war, dass diese Zeichnungen als Avatare für den SIPGATE-Blog funktionieren sollten. Und ich habe die ersten vier Zeichnungen gemacht. Und während ich diese Zeichnung gemacht habe, habe ich mir überlegt, dass es wahnsinnig spannend sein könnte, zu versuchen, die ganze Firma zu zeichnen. Und das waren ungefähr 125 Mitarbeiter. Und ich hatte mir überlegt, dass ich so pro Zeichnung ungefähr 30 Minuten brauche, dass ich pro Tag ungefähr fünf Zeichnungen mache, dass ich dann in der Woche 25 Zeichnungen habe und nach fünf Wochen fertig bin. Und dieses Projekt habe ich SIPGATE vorgeschlagen und die fanden die Idee gut. Und ich habe angefangen zu zeichnen und habe festgestellt, dass es nicht ganz so einfach ist, wie ich mir das vorgestellt habe. Also tatsächlich ist es so gewesen, dass sich viele der Mitarbeiter, vor allem am Anfang mehrfach gezeichnet habe. Aus dem einfachen Grund, dass die Prämisse meinerseits war für das Projekt, dass der Mitarbeiter, die Mitarbeiterinnen sich erkennen können sollte. Und da gab es durchaus Meinungsverschiedenheiten. Da gab es auch verschiedene Kritiker. Zum Teil durften die Kinder der Mitarbeiter mitsprechen. Und Sigurd zum Beispiel, der gerade hier stand, den habe ich in etwa acht Mal gezeichnet, bis Lenia und Nuria, seine beiden Töchter, damit einverstanden waren. Das ist Frieda. So habe ich sie 2014 gezeichnet. Frieda 2017. Es ist also für mich so gewesen, dass je mehr Zeichnungen ich gemacht habe, desto besser bin ich im Zeichnen geworden. Ich habe Kunst studiert. Ich habe seit dem Studium schon in der Vorbereitung zum Studium gezeichnet. Aber so konzertiert wie hier habe ich eigentlich nie mich in dem Medium, mit dem Medium beschäftigt. Und tatsächlich war das dann sehr auffällig, dass die Zeichnungen feiner wurden. Dadurch, dass sie feiner wurden, habe ich mehr Zeit gebraucht. Und dadurch, dass ich mehr Zeit gebraucht habe, ist das ganze Projekt quasi immer größer geworden, sodass ich letztendlich mir selber eine Deadline gesetzt habe, weil von Anfang an die Idee war, die Porträts in Buchform zu veröffentlichen, damit ich selber auch die Möglichkeit hatte, hätte das Projekt anderen vorzustellen, anderen zu beschreiben. Und ich habe dann sozusagen für den Sommer 2015 eine Deadline gesetzt und habe gesagt, alle, die bis dahin gezeichnet sind, sind im Buch. Und es können mich alle ansprechen, die im Buch auftauchen wollen. Ich werde danach weiterzeichnen. Aber dieses Buch möchte ich gerne zu diesem Zeitpunkt fertig machen. Und tatsächlich ist es so, dass heute diese Mitarbeiterporträts, die auch im Gang zu sehen sind, diese 140 Stück, dass die Idee dabei ist, dass das aktuell ist. Also es soll das repräsentieren. Es soll die Mitarbeiter repräsentieren, die aktuell bei SIPGATE arbeiten. Wenn jemand Neues dazukommt, bemühe ich mich darum, zeitnah denjenigen, diejenige zu zeichnen. Und wenn jemand geht, darf er die Zeichnung behalten und mitnehmen. Es ist auch so, dass wie heute Abend regelmäßig Veranstaltungen stattfinden, wo die Mitarbeiterporträts Ausgangspunkt für Führungen sind. Das ist halt tatsächlich ein guter Ausgangspunkt für die Kunstsammlung, um über die Kunst zu reden. Aber es ist halt auch für die Mitarbeiter selber ein guter Einstieg. Tatsächlich ist es auch als Projekt unter Mitarbeitern, so wie ich es verstanden habe, einigermaßen beliebt. Ich werde auch regelmäßig angesprochen, neue Zeichnungen zu machen und bin auch im Augenblick wieder ganz gut drin. Also es geht bei mir so auf und ab. Aber im Augenblick, ich habe jetzt in der letzten Woche ganz gut gezeichnet. Also es läuft weiter. Und das Schöne ist, dass es auch historische Vorbilder für sowas gibt. Es gibt zum Beispiel die Artist Placement Group von Barbara Stavani gegründet in London in den 60er Jahren, wo es darum ging, dass Künstler außerhalb des Kunstkontextes der Kunstwelt, der Galerien und Museen innerhalb von Firmen mit Arbeitern in der Firma zusammen arbeiten sollten. Und das ist etwas, was ich zu dem Zeitpunkt nicht wusste, was sich aber im Prinzip hier in ähnlicher Weise abgespielt hat, dass ich mit meiner künstlerischen Arbeit auf die Kollegen bei SIPGEC getroffen bin und über das Zeichnen auch viele in der Firma kennengelernt habe und auch die Firma besser kennengelernt habe. Bei dieser Artist Placement Group waren im Übrigen Künstler wie Yoko Ono dabei, Josef Beuys, Barry Flanagan, der mit den Hasen, der damals noch keine Hasen gemacht hat. Wenn man sich überlegt, dass man gerne eine Kunstsammlung aufbauen möchte, dann ist natürlich die Frage, wo man da anfängt. Und es gibt gerade aktuell ein schönes Beispiel zu sehen in Köln im Museum Ludwig. Da ist noch bis zum 29. September die Ausstellung zu sehen Familienbande. Da geht es um eine Schenkung. Und zwar gibt es einen Berliner Galeristen, Alexander Schröder, der über einen großen Zeitraum hinweg die Kölner Kunstszene aus den 90er Jahren und den Nullerjahren verfolgt hat, als Galerist, aber auch als Sammler und selber Arbeiten erworben hat. Und diese Arbeiten hat er jetzt dem Museum Ludwig in Köln geschenkt. Und diese Schenkung wird aktuell im Museum präsentiert. Und es ist halt sehr interessant. Da sind halt Künstler dabei wie Michael Kreber, Cosima von Bonin, Kai Althoff, die halt damals in den 90er Jahren in Köln gearbeitet haben. Köln war damals neben New York eigentlich die Hauptstadt der Gegenwartskunst in der Welt. Und es gab einen regen Austausch zwischen diesen beiden Städten. Und dieser Sammler und Galerist hat diese Szene halt verfolgt und hat das in die Sammlung integriert. Bei Sipgate war das anders. In den Anfängen gab es Kunstwerke, die halt erworben worden sind. Eine frühe Arbeit ist zum Beispiel von Andreas Gefäller aus der Serie der Supervision. Das sind Arbeiten, die Tim und Thilo, die beiden Firmengründer zusammen erworben haben für die Firma. Und tatsächlich war es so, dass halt Andreas einer der ersten Künstler ist, Ulrich Hänsel, von dem eine Arbeit im Eingang hängt, die man sich anschauen kann. Und ich selber war auch einer der frühen Künstler in der Sammlung. Und vieles davon, diese Strukturen sind halt geprägt dadurch, dass man sich persönlich kennt, dass man was empfohlen bekommt, dass man halt in der gleichen Stadt lebt, dass man da kulturell agiert, miteinander zu tun hat. Jetzt war halt für uns die Frage ab dem Zeitpunkt, als ich quasi mit dabei war, haben wir uns überlegt, wie kann man so eine Kunstsammlung weiterentwickeln. Und zum einen gab es einen ganz konkreten Anlass. Ich selber hatte eine Ausstellung in Berlin bei meiner damaligen Galerie und nebenan in der Galerie BQ hat David Frickley ausgestellt. Das ist David Frickley. Und Tim und ich sind zusammen in die Ausstellung von David Frickley gegangen und waren so begeistert, dass wir uns quasi direkt vor Ort fünf Arbeiten ausgesucht haben, die zum Teil jetzt auch hier in den Räumen zu sehen sind. Zum anderen war es aber so, dass wir uns halt überlegt haben, was sind die Schwerpunkte, was sind die Aspekte, die uns interessieren. Und es ist tatsächlich so, dass wir quasi die Anfänge der Fotografie und der Malerei, die eben durch Andreas Gefäller oder durch Ulrich Hänsel repräsentiert waren, dass wir versucht haben, das weiterzudenken und daraus Schwerpunkte zu machen. Also hier im Haus hängen in erster Linie Fotografie und Malerei. Dass es aber auch darum ging, sich zu überlegen, welche Aspekte hat man vergessen oder was ist vielleicht wesentlich, was bisher nicht vorhanden ist. Was halt auffiel war, dass es keine Künstlerinnen gab. Und da wir halt jedes Jahr ein gewisses Budget zur Verfügung haben, um die Sammlung zu erweitern, haben wir uns halt dann konkret engagiert, um Künstlerinnen für die Sammlung zu akquirieren. Und das sind Arbeiten von Jana Schröder, die im Haus hängen. Ursprünglich hingen die erst an dieser Wand hier im Restaurant. Und das ist zum Beispiel auch was Neues. Das ist eine Aufnahme aus der Ausstellung Wildnis, die letztes Jahr in der Schieren Kunsthalle zu sehen war in Frankfurt. Ende des Jahres. Das war eine große Gruppenausstellung, wie man das gerne macht vor Weihnachten, wenn alle irgendwie vielleicht auch Lust haben, im Museum nochmal vorbeizuschauen. Und Teil dieser Ausstellung waren Arbeiten von Lynn May Said. Lynn May Said ist Bildhauerin, lebt in Berlin und hat in Düsseldorf studiert bei Karl Kneidel Bühnenbild und bei Tony Craig Bildhauerei. Und diese Arbeiten sind sehr speziell. Das ist die rechte Arbeit aus dem Bild von vorhin, so wie sie jetzt oben im Haus hängt. Es handelt sich dabei um geschmiedete Tore. Es sind eigentlich Reliefs, wenn man es genau nimmt. Es ist halt gebogenes Rohr und geschmiedeter Draht. Und ihre ursprüngliche Idee war zu sagen, dass für sie als bildende Künstlerin die Zeichnung das wesentliche Element der künstlerischen Arbeit ist, dass aber die Zeichnung oft Gefahr läuft, unterschätzt zu werden, dass sie halt zu wenig Aufmerksamkeit bekommt. Und sie hat sich einen Weg überlegt, wie sie die Zeichnung, die sie selber macht, als Skulptur, als Relief umsetzen kann. Wir haben auch oben neben diesem Tor, dieses Reliefs von Lynn, die Zeichnungen hängen. Da hängen zwei Bleistiftzeichnungen. Da kann man sehr gut sehen, wie sie in der ersten Zeichnung sozusagen die Idee entwickelt, des Motivs. Das ist mit sehr vielen Bleistiftstrichen gezeichnet. Und es gibt halt Schattierungen. Und dann hat sie eine zweite Version der Zeichnung gemacht, wo sie das extrem reduziert und versucht, quasi schon vorwegzunehmen, welche Rohre, welche Linien sie braucht, um diese Figur darzustellen. Inhaltlich lässt sich dazu auch noch was sehr Interessantes sagen. Die Arbeit heißt The Liberation of Animals from Their Cages. Es ist ein Thema, was sie seit Jahren beschäftigt, dass sie halt überlegt, dass das Unrecht, was der Tierwelt geschieht, thematisiert werden muss, dass dafür Aufmerksamkeit geschaffen werden muss. Und hier in der Arbeit sieht man eine junge Aktivistin, die ein Schwein befreit. Anfang der Woche war auf Spiegel Online ein Bilderrätsel. Das hatte ein Schriftsteller und Journalist verfasst, Benjamin Mark. Und grundsätzlich, also die Grundidee ist, dass halt mehrere Bilder hintereinander auftauchen. Das Ganze soll quasi illustrieren, wie schwierig es ist, herauszukriegen, was Kunst ist. Und gegenübergestellt wurden Malereien von Tieren, Kindern und Meisterkünstlern, berühmten Künstlern. Und ich habe den Quiz gemacht. Ich habe es natürlich nicht hingekriegt. Man tappt halt in die Falle, dieses Bild ist von einem achtjährigen Jungen gemalt. Ich fand aber diese Grundannahme völlig verkehrt, dass man sagt, der Betrachter muss das selber rauslesen können aus einer Abbildung, geschweige der Tatsache, dass das halt eine Abbildung auf einer Webseite ist und alle Abbildungen gleich groß sind. Es ist natürlich völlig irrig anzunehmen, dass man selber als Betrachter entscheiden kann, was ist jetzt Meisterwerk, was hat ein Schwein gemalt oder ich glaube einen Elefanten gibt es auch und was haben Kinder gemalt? Ein Malschwein, ja. Das ist ja eher Berufssprech, aber das Malschwein gibt es natürlich auch. Und tatsächlich fand ich es auch völlig irritierend, dass quasi der Autor voraussetzt, dass Kunst, eigentlich bildende Kunst nur aus abstrakter Malerei besteht, weil ganz offensichtlich das Feld der bildenden Kunst viel weiter ist. Da gibt es Skulptur, es gibt Installation, es gibt Fotografie, es gibt Performance, es gibt figurative Malerei und aktuell wird man sagen, dass das gar nicht so klar zu entscheiden ist, ob jetzt abstrakte Malerei mehr bevorzugt wird oder figurative Malerei. Aber categorie soll es eigentlich noch vor Ort, wo du father für alle